Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie ganz einfach unter Proxmox einen eigenen Linux-Container erstellen können. Was Proxmox ist und warum Sie das auf jeden Fall nutzen sollten, wenn Sie denn können, zum Beispiel, weil Sie halt alte Hardware irgendwo rumliegen haben, das haben wir alles schon in anderen Videos erklärt. Wir haben hier eine ganze Playlist. Ebenfalls erklärt, wie man vollständige virtuelle Maschinen erstellen kann, haben wir ebenfalls schon gezeigt. Aber was ist, wenn wir denn zum Beispiel nur einen oder wenige Serverdienste benötigen, dann eine komplette VM installieren, mit totaler Overkill, viel zu viel Verschwendung in puncto RAM und Prozessorzeit, weil wir eben noch den ganzen Overhead mit installieren, der gar nicht benötigt wird. Deswegen kommen dann hier Linux-Container ins Spiel. In meinem Beispiel werde ich jetzt hier ein Piehole installieren, ebenfalls eine Anwendung, die jeder in seinem LAN haben sollte. Ich mache das Ganze hier zwar derzeit unter Linux, streng genommen Linux-Mint, aber das ist völlig irrelevant, wie ebenfalls schon erwähnt. Überall, wo Sie es schaffen, einen Web-Bowser ans Laufen zu bekommen, also unter Windows, unter Linux, streng genommen auch am Tablet oder sogar am Handy, überall kann das hier, was ich jetzt mache, durchgeführt werden. Sollten Sie nach dem Video eine Frage haben oder direkt als Empfehlung mal weg, schauen Sie einfach mal auf unserem Twitch-Kanal vorbei. Da haben wir regelmäßig das Thema und insoweit, da werden Fragen direkt beantwortet, entweder von mir oder von den anderen Profis, die sich da regelmäßig treffen. Insoweit, einfach mal vorbeischauen. Also, Linux-Container, fangen wir an. Ich habe mich jetzt hier schon mit meinem Chromium aufgeschaltet und bin hier auf Proxmox, klicke hier drauf und sehe jetzt hier schon die Container oder die virtuellen Maschinen, die jetzt bei mir schon alle aktiv bzw. eingerichtet sind. Virtuelle Maschinen erkennen wir unter anderem daran, dass hier als Icon so ein kleiner Monitor dargestellt wird. Ein Container, den erkennen wir an dem Icon des Containers oder der Box hier. Insoweit werden Sie also hier wahrscheinlich keinerlei Einträge vorhanden haben, aber macht ja nichts, dafür sind wir ja da. Deswegen installieren wir uns hier jetzt einen eigenen Container. Wir beginnen damit, indem wir hier auf Local klicken, dann bekommen wir hier eine Übersicht. Ich habe hier den Eintrag CT-Templates, das sind die Container-Schablonen, die wir dann nutzen können. Da klicke ich drauf, ich habe hier auch schon zwei runtergeladen, bei Ihnen stehen da wahrscheinlich noch keine Einträge. Deswegen, Sie klicken auf Templates und bekommen eine Übersicht aller verfügbaren Schablonen, um eben Container zu erstellen. So, die üblichen Verdächtigen, die sind direkt mit dabei und wir suchen uns einfach den raus, der für den eingesetzten oder für den geplanten Zweck optimal geeignet ist. So, da haben wir zum Beispiel eben, wie gesagt, die üblichen Verdächtigen hier, Ubuntu 20.04, 18.04, 16.04. Das sind die LTS-Container, die sind alle vorhanden. Da haben wir hier unten noch Debian 10, das kann man auch immer für fast alles benutzen, Debian 9, für diejenigen, die es etwas älter brauchen. So, ich denke mal, mit dem neuesten Ubuntu oder mit dem neuesten Debian, da kann man gar nichts falsch machen. Kann man sowieso nicht, denn egal, auch wenn man was falsch macht, man kann es ja immer wieder neu machen. Also, ich entscheide mich jetzt hier für Debian 10 und klicke hier auf Herunterladen. Dann wird der Container schnell runtergeladen. Müssen wir einen Moment warten. So, und wenn wir hier am Ende Task OK bekommen, ja, dann wissen wir, das ist OK. Dann können wir das hier schließen. So, und jetzt haben wir den Container hier drin liegen. Im nächsten Schritt geht es also dann an die Erstellung und da haben wir hier oben einen blauen Button, erstelle CT. In den letzten Videos haben wir erstelle VM genommen, jetzt aber natürlich ein Container, also erstelle CT. Da drauf gedrückt, bekommt der Container erstmal eine neue Container-ID, in dem Fall jetzt 101, weil das die ID ist, die hier verfügbar ist. Kann man jetzt gerade ein bisschen schlecht sehen, aber die 101 ist halt nicht da. So, wir können hier noch einen Host-Namen vergeben oder sollten auf jeden Fall einen vergeben und nach meinem Muster, weil das ein Proxmox-Rechner ist oder Container, dann setze ich am Anfang immer ein kleines P dahin. Und danach eben Piehole, damit ich das Ganze erkennen kann. Das ist mein Piehole im Proxmox. So, Kennwort muss natürlich auch eingegeben werden und auch bestätigt werden. Wer lieber mit SSH-Schlüsseln arbeitet, kann den hier entsprechend hochladen, dann braucht er nachher keinerlei Passwörter einzugeben. Ich habe das Ganze jetzt hier aber einfach gehalten, weil die Geschichte am Ende sowieso nur für das LAN zuständig ist. So, danach auf Vorwärts geklickt, dann haben wir nämlich hier Template. Dann muss ausgewählt werden, welche Schablonen nehmen wir. Wenn wir mehrere Festplatten haben, kann es sein, dass Sie erst hier runterklicken müssen und den anderen Speicher anwählen müssen, um dann eben dort die Schablonen anzeigen zu können. In meinem Fall, ich habe nur eine Festplatte da drin. Insoweit, ich wähle jetzt hier Debian 10 aus. Das hatte ich ja gerade runtergeladen. Danach weiter. Danach kommen wir zur Festplatte oder zum Speicher des neuen Containers. Vorgeschlagen 8 GB lasse ich jetzt mal, weil ich ja mehr oder weniger weiß. Piol kenne ich mich einigermaßen mit aus. 8 GB reichen völlig aus. Wenn Sie natürlich sagen, nein, nein, ich glaube, ich möchte in meinem Container danach noch XYZ installieren, dann kann es natürlich sein, dass Sie da mehr Speicherplatz brauchen und dann entsprechend das Ganze anpassen. Aber bei Containern kann es auch durchaus sinnvoll sein, einfach zu sagen, ich nehme jetzt hier einen Container und da läuft Piol drin. Und wenn ich nachher einen anderen Container brauche, zum Beispiel, um da OpenVPN drin laufen zu lassen, dann trenne ich diese Prozesse. Hat auch durchaus seine Vorteile. Also deswegen, ich entscheide mich hier für die 8 GB. So, wie viele Kerne kann man hier entsprechend hochschalten? Ich nehme jetzt einfach mal zwei, damit es in diesem Video was schneller geht. Aber ein Kern hätte auch völlig gereicht. Jedenfalls fürs Piol. Dann Arbeitsspeicher. Ja, dann nehmen wir mal 1 GB, also 1024. Netzwerkkarte oder Netzwerkadressen, die werden hier statisch, können die vergeben werden. Ich stelle jetzt hier einfach mal beide auf DHCP ein. Das ist das einfachste. Dann wird mein Router dafür sorgen, dass meinem Proxmox-Container hier eine IP gegeben wird. So, danach wieder weiter auf vorwärts. DNS-Server, die verwendet werden sollen. Da soll mein Container denselben DNS-Server benutzen, den auch hier schon Proxmox benutzt. Das ist auch ebenfalls die einfachste Einstellung. So, danach weiter. So, wir sind fertig. Wir können das Ganze nochmal überprüfen. Am Ende klicke ich hier auf, nach dem Abschließen soll das Ganze direkt erstellt werden. Insoweit die Checkbox gesetzt und abschließen geklickt. Jetzt warten wir wieder einen Moment und warten auf das OK. So, ist das OK da, können wir das Ganze hier schließen. Und hier haben wir jetzt unseren Container. Also schalten wir uns auf unseren neuen Container auf, indem wir einfach hier auf Konsole klicken oder natürlich mit SSA oder Putty von einem anderen Rechner aus drauf aufschalten. Passwort haben wir ja eben definiert und der Nutzername, mit dem wir uns aufschalten, wäre der Nutzer root. Hier muss ich mich natürlich auch anmelden, mit login root und das eben spezifizierte Passwort. So, beim ersten Aufschalten, optimalerweise, relativ logisch, das Template, das wir runtergeladen haben, das ist natürlich schon etwas älter gewesen, ist vor einiger Zeit erstellt worden, insoweit. Da sind Updates gekommen, die müssen wir natürlich zuerst einspielen. Deswegen im Grunde der erste Befehl, apt-update, doppeltes und apt-upgrade. Also erstmal die Quellen aktualisieren, dann, wenn Updates da sind, die dann auch installieren, direkt mit dem Strich Y dahinter für, wenn irgendwelche Fragen gestellt werden, direkt mit Yes beantworten, damit wir da nicht dauernd irgendwie angehalten werden. Und dahinter nochmal ein doppeltes und für apt-auto-remove. Alles, was wir nicht brauchen, soll danach entfernt werden und das ebenfalls mit dem Y. So, dahinter könnten wir jetzt noch zwei andere Befehle packen, aber das erkläre ich gleich. Insoweit, die Zeile ist drin, schicken wir das Ganze ab, wird das jetzt hier runtergeladen und installiert und je nachdem, wie viel Power wir unserem Container gegeben haben, dauert das durchaus ein paar Minuten. Während unser Rechner allerdings arbeitet, können wir schon weitermachen. Wir öffnen einfach ein zweites Tab und tippen dort ein piehole.net. Dann haben wir hier install, da klicken wir drauf und dann bekommen wir hier die Zeile, die wir da gleich eingeben müssen. Von jetzt an können wir warten, dass er hier fertig ist. Ist das Ganze durchgelaufen, landen wir am Ende hier wieder auf unserer Eingabeaufforderung. Jetzt brauchen wir die Zeile von vorhin, insoweit die hier kurz kopiert. Wird zwar gleich nicht funktionieren, aber ist natürlich jetzt in dem Fall provoziert. Also die Zeile eingegeben, abgeschickt und jetzt kriegen wir hier direkt den Befehl hier curl. Das war der Befehl hier vorne. Der wird nicht gefunden, weil wir haben nur einen Container und da ist ganz wenig Software drin, um die ganze Geschichte klein und effektiv zu halten. Insoweit, die Software fehlt also noch. Das kann immer wieder passieren, dass, wenn wir dann irgendwelche Dienste installieren, wir entdecken, dass einige Programme nicht dabei sind, die normalerweise bei einer normalen Linux-Installation, also bei einer kompletten VM, da wäre das natürlich dabei. Aber egal, apt install curl und net tools nehme ich direkt mit. Das braucht man nämlich, um nachher festzustellen, welche IP wir nutzen, beziehungsweise unser Container. Und dahinter dann wieder direkt Strich Y, das heißt das abschicken und das auch noch installieren. Weil wesentlich kleiner geht das natürlich viel schneller. So, jetzt rufe ich die Zeile nochmal auf, schicken wir das Ganze ab. Jetzt funktioniert das natürlich und die Installation vom Pyhole, die läuft. Natürlich, das Pyhole merkt jetzt auch, da sind viele Programme, die dann auch fehlen. Und gut, das Skript installiert das aber direkt automatisch mit. Da brauchen wir uns also nicht mehr um viel kümmern. Während der Installation werden wir vom Pyhole nochmal gefragt. Eben zum Ersten die Information. Ein Adblocker wird hier installiert. Das können wir hier alles abnicken. Dann, welchen DNS-Provider wollen wir nutzen? Haben wir in anderen Videos zum Thema Pyhole schon ausführlicher erläutern. Insoweit, ich klicke das hier jetzt hier nur direkt durch. Logging, alles kann so übernommen werden. Dann, das Einzige, das jetzt noch im letzten Schritt wichtig ist, ist, dass wir das Passwort rausnehmen. Und zwar, wenn die ganze Geschichte abgeschlossen ist, hier Installation vollständig, kriegen wir unter anderem die IP mitgeteilt. Für den Fall der Fälle, dass wir uns das hier nicht merken können. Deswegen haben wir ja gerade NetTools installiert. Dann funktioniert der Befehl ifconfig. So, aber hier eben das Passwort. Das brauchen wir uns natürlich auch nicht merken, denn wenn ich jetzt hier OK geklickt habe, bekomme ich da oben die Anweisung, wie wir das Passwort auch wieder rausnehmen. Schrägstrich neu vergeben können. Pyhole, minus a, minus p für neues Passwort. Aber wenn ich das natürlich jetzt weglasse, also nichts eingebe, dann habe ich kein Passwort. Habe ich jetzt gerade gemacht, deswegen Passwort entfernt. Also, schalten wir uns mal direkt auf, auf unser Pyhole. Das war die IP 192.180.1.1.1.197 und dann Slash Admin. So, und dann haben wir hier unser Pyhole. So, das ist jetzt ein Pyhole eben mit den Standardeinstellungen. Wir haben hier nur die mitgelieferte Blocklist mit dabei. Also gut, der Teil funktioniert. Insoweit jetzt zu einem anderen Aspekt bezüglich Container nochmal zurückgeschaltet. Denn einer der Vorteile ist natürlich, dass wir von unseren Containern Backups erstellen können. Zum Beispiel, weil wir Sorge haben. Wir haben eine wichtige Änderung vor uns. Und wenn die schief läuft, was dann? Deswegen das System vorher eingefroren, dann die Änderung durchgeführt. Wenn alles funktioniert, wunderbar. Wenn es nicht funktioniert, einfach wieder zurückspringen. Backup oder Snapshot-Feature gibt es ja auch bei virtuellen Maschinen. Insoweit jetzt hier. Ich bin noch auf meinem Pyhole, auch wenn die Konsole sich hier gelöscht hat. So, ich klicke hier auf Backup. Auch wenn die Maschine gerade läuft, sehen wir hier an dem grünen Pfeil. So, ich klicke einfach auf Backup starten. So, das können wir alles so abnicken. Darauf klicken. Einen Moment warten. Dann wird die Maschine kurz eingepackt. Als letzte Zeile wieder ein Task OK. Insoweit fertig das Ganze. Und hier liegt jetzt unser Snapshot. So, jetzt kann ich natürlich hingehen und Änderungen durchführen. Ich werde jetzt einfach mal auf google.de nach rpy-list suchen. Ich glaube, Blocklisten MD kann ich hier direkt aufrufen. Genau. Das sind hier unsere Listen. Die nehme ich jetzt einfach mal hier beispielhaft einfach alle. Zurück zum Pyhole. Hier bin ich noch drin. Dann haben wir hier Group Management. Add List. Die kann ich da alle einfügen. Und am Ende Add. Dann werden die hier alle hinzugefügt. So, sind die jetzt hier alle drin. Aber natürlich noch nicht aktualisiert. Aber das ist natürlich jetzt eine Pyhole-Geschichte. Deswegen Tools Update. Kurz updaten. Das wird natürlich jetzt einen Moment dauern. Und nachher werden wir wahrscheinlich auch sehen, dass hier die Load nach oben geht. Was hatte ich der Maschine gegeben? Zwei Kerne. Das ist ja nicht so viel. Okay, also das müssen wir jetzt hier natürlich abwarten. Bekommen wir die grüne Zeile hier erfolgreich. Dann ist das Ganze durchgeführt worden. Jetzt nochmal aufs Dashboard geklickt. Ja, und jetzt habe ich hier 7,2 Millionen Domains gesperrt. Wesentlich mehr als eben. Aber nochmal, das war jetzt natürlich keine Empfehlung. Ist also nicht unbedingt sinnvoll, irgendwelche Listen zu importieren, von denen Sie nicht mal wissen, was da gerade gesperrt wird. Sondern das wurde jetzt nur gezeigt, weil das war jetzt eine Änderung nach unserem Backup insoweit. Wir haben jetzt festgestellt, das würden wir ganz gerne rückgängig machen. In dem Fall würde natürlich auch deinstallieren gehen, der Listen. Aber geht halt um das Prinzip. Insoweit, wir wechseln eben nochmal hier auf unseren Proxmox-Rechner. Und hier liegt ja noch das Backup von eben. Also werde ich meinen P-Pi-Hole-Container erstmal runterfahren. Können wir jetzt abwarten, bis sich das hier entsprechend ändert. So, hier hat es sich schon geändert. Ich kann nämlich jetzt hier wieder auf Start drücken. Jetzt kommt die Änderung auch hier. So, und jetzt sollte ich in der Lage sein, nach dem Anwählen des Backups das Ganze zurückzuspielen. Wenn dann fertig, kann er auch direkt wieder starten. Das sollte kein Problem darstellen. Also, durchführen. Müssen wir wieder einen Moment warten. So, wir haben wieder unser OK. Also kann ich das hier schließen. Der Container scheint hier ebenfalls zu laufen. Hier kann ich auch runterfahren. Insoweit müsste ich jetzt hier in der Lage sein, einfach direkt wieder den Reload zu machen. Ist aber noch nicht da. Braucht der Junge jetzt hier einfach nur einen Moment oder haben wir durch den Restart eine neue IP bekommen? Das dürfte zwar eigentlich nicht der Fall sein. Ich gebe ihm nochmal einen Moment. Ansonsten schalte ich mich hier nochmal auf. Route 1, 2, 3, 4, 5, 6. EF-Config 97. Okay, jetzt ist er auch wieder da. Da war ich wohl nur zu ungeduldig mit meinem langsamen Container. Also einfach in den Fällen dem Ganzen etwas mehr Zeit geben. Der Punkt war aber, und das können wir jetzt gut sehen, die 7,2 Millionen Domains hier oben, die sind zurückgesetzt. Das ist also jetzt wieder der Auslieferungszustand des Backups. Wenn wir also mal nicht weiterkommen, weil wir uns in irgendeiner Config-Datei verschrieben haben oder eine Software installiert haben, die nicht funktioniert und wir würden gerne was anderes ausprobieren, einfach den Rechner Schrägstrich Container zurücksetzen, sofern wir dann regelmäßig das Backup-Feature genutzt haben. In der kostenlosen Version von Proxmox, die ich ja jetzt hier gerade benutze, da kann man nur ein Backup anfertigen, also pro Container natürlich oder pro Rechner. Das heißt, jetzt wo ich das Ganze hier habe und wenn ich jetzt hier sagen würde, ich würde gerne nochmal ein Backup starten, der Button ist zwar da, aber dann kommt eine Fehlermeldung von wegen, nein, mit der kostenlosen Version nur ein Backup. Für sie stellt sich natürlich dann jetzt die Frage, okay, ich habe meinen Piehole in meinem Mini-Linux-Container, aber welche Dienste werden sonst noch dringend gebraucht und packe ich die jetzt in den gleichen Container oder setze ich dafür jeweils eigene Container auf, zum Beispiel einen eigenen OpenVPN-Server in einem Container und einen eigenen WireGuard-VPN-Server in einem eigenen Container. Und das hängt natürlich jetzt wiederum davon ab, wie viel RAM oder wie viel Festplatte Sie dem Container ursprünglich hinzugefügt haben. Wie gesagt, das entscheiden Sie ganz, wie Sie es brauchen. Und man kann auch lernen und einfach neu machen und dann vielleicht besser machen. Zeigen wir alles in den nächsten Videos. Okay.